Willkommen zu einer weiteren Folge The Walking Dead Survival Instinct Mit mir, dem Joke Und wir sind jetzt in Pokesville angelangt Was passiert ist? Ja Auf den Zwischenstopp haben wir noch ein paar Zombies abgemessen Ich habe eine Axt gefunden Und ja, hier ist der Zug anscheinend gleich Überall liegt Munition rum Hier Und hier links ist glaube ich Jane Ihr Vater, ja Anscheinend gehört er da zu dem Militär Und der Den geht es nicht gut, keine Ahnung Also gehen wir da hin Nehmen Munition mit und helfen dem Vater Ja, so soll es eigentlich sein Okay, wir geben Mike Swenson Erstmal Erstmal Noah Cruz, das wird er eigentlich Verstohlen, bevorzugt Schlagwachen Ja, sorry man Ich habe hier keine Keine Waffe mehr für dich Die Axt brauche ich Die gehört mir auch Aber kannst du mir auch So eine Zweilaufschrautflinte haben So dann verarscht man die Erstmal Zustand Ja Nochmal Nur mit Ration geht es Es geht nur mit Ration Meine Fresse fressen Die was weg Okay Dann sucht ihr bitte mal für mich Nach Lebensmitteln Der geht auch mit Der geht auch mit So und den Noah Cruz Der Der geht auch mit Also nicht Also nicht stirbt Ja Also auch Lebensmittel 14% sollte hinhauen Passt Die 200 Luft Los geht's Genau Nice night Huh I haven't second thoughts About this one Hey I'm gonna go check it out If it looks dicey I'll be right back If it looks dicey Hellbilly You've been at this way too long Hellbilly Willi, lass mich in Ruhe Mann Ich fühl mich in meinem verdammten Block There Good as no Scout Hi Scout Nein Hier können sich viele Leichen verstecken Was sah ich jetzt schon Okay, nichts Schießt ihr auf Leichen Und los geht's Ja toll Bleibt da drin Ich sag's euch Ihr dreckigen Frassen Müsst ihr jetzt schon schreien Alter sind das viele Ja, so macht man es Erstmal den Oberkörper schießen Und dann den Kopf Wehe, die kommen da raus Hä? Was haben die denn her, bitte? Was haben die denn her, bitte? Ich war doch ganz leise Hallo Voll durchs Auge Wär das gegangen Wie ich es gewusst habe, dass er eine erlebt Bratz, da liegt er sich wieder hin Was habe ich da gefunden? Eine Ration oder so Was war denn das? Sturmgewehr Munition Jawohl Nice Mann, Sturmgewehr Richtig geil Aber eine Abro ist natürlich besser Lautlos Wieder benutzt Effektiv Für uns sieht einfach nur schön aus Ähm, liegt hier irgendwas? Wieder gehört war es? Nein Okay, weiter Hier nicht Oder? Geht nur, gehen wir erst mal hier lang? Oder? Enem, 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 Enemoo Und raus bist du Hat sich hier übrig Wah, da hält er schon ab Ja, die hat auch gelebt Nichts mit Enem, Enemoo Die hat auch gelebt Alter, die haben alle gelebt Ihr dreckigen, dreckigen, kleinen Ratten Nicht schön! Nicht so schön! Die dreckigen Vieche kommen anscheinend rein. Hm, so. Nice. Ist schön runtergekommen. Ja klar, dass immer anderes erwarten nach einem Gleisentzug. Was muss das hier immer näher sein? Oh, Drecki. Hm. Okay, weiter gehts. Preisse! Pssst! Was ist ganz in der Nähe sein? Seine Oma! Tschüss! Ja, so schreien die nicht. Pssst! 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 Ah, komm ey, ganz ruhig. Lass sie liegen. Wir sind gleich da, Alter. Unterscheid, wer ist tot hier? Helikopter. Was für ein Schwarm. Was soll ich suchen? Ja, jetzt. Ich gebe extra die Schrot, findet ihr weg? Oh, Mann. Oh, okay. Jetzt kommt niemand zum Einsatz. Mein Baby. Jungs. Mädels. W-Shot. Jetzt fehlt nur sein Arm. Schade. Ich habe eine bessere Idee. Wie war das hier? Ganz kurz. 3, 2, 1. Oh, Mann. Versteht immer noch. Jetzt nicht mehr. Von mir, Baby. Oh, jetzt komm, stirb. Habe ich doch was anderes dabei? Handvoll Waffen? Leider nichts. Dafür hätte ich die brauchen. Ich habe einen minderwertigen Bastard. Ihr minderwertigen Bastarde. Ich gehe gleich darüber, wenn die tot sind. Tja, ich bin sie hier sicher, Mann. Oh, Mann. Fack. Fack. W-Stirbt, Mann. Hier kommt Freddy 2. Ihr seid die Hinterwälder. Wie sie alle gleich aussehen. Die 3 Brüder. rio und ruckst du hast du nahe seht ihr den recht Ah, das sind noch viele, Mann! Drehung, stirbt, Mann! Ich fahre eine eigene Wand aus Leichen auf, dass es nicht durchkommt. Stirbt, okay, komm! Soll ich eigentlich machen? Fliegen sie mit allen Vorräten, die sie kriegen können aus dem Bereich. Ja, versuche ich. Witzig, oder? Vielleicht hätte ich mich nicht blocken lassen sollen. Stirbt, Guido! Alfredo! Feser! Ja, Feser, schnitt raus. Ich hab' gewechselt. So, ich mach' kurz nen Cut bis gleich. So, da bin ich wieder. So, ich hab's geschafft ein, zweiter zu kommen. Ich musste meine Waffe auf den Boden werfen. So. Ich werde überlegen. Da sind Dreiksieche. Da sind Dreiksieche. Und da sind Granate. Das heißt, ich werde kurz hier was ablegen. Irgendwas. Die Heiberautomatische. So, ihr kleinen Dreksbisser. Dreik. Scheiße. Bringt ja nichts. Hm, nein. Und weg. Soll sie doch eigentlich zurückrollen, oder nicht? Ja. Bam. Fetz. Okay, weiter geht's. Ja, wir konnten die mich berühren, Mann. Wir konnten die mich berühren, hallo. Ja, wir konnten die mich berühren, hallo. Ja, wir waren mit. ... Schnellig hoch. Ja, hier gibt's nichts. Diese Verarsche. Wie, ich kann mich mein Sportgetränke reinziehen. so schnell raus pfff, echt toll Pfff, die scheiße hier echt toll man Ja die können mich da oben noch berühren Ist ihr schwul oder was? Pfff, nichts gegen das aber jetzt reicht's dann fast keine Munition mehr ich muss doch alles raus ja toll und der lebt mir he 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 witzig 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 mehr verballertes ja wir haben noch nicht ja witzig 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 Das Waki? Es ist gebrochen. Es muss passieren, wenn du fallst. Es hat nicht sogar Batterien. Aber ich... Los geht's. Wir müssen die Evakuierung missen. Nein! Los geht's, Daryl. So, das geht ja. Versorgungsrationen gefunden und die muss ich den wieder reinhauen. Aber der hat wenigstens was gebracht. Sherwood... Sherwood Forest? Ja Leute, wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge The Walking Dead, es war ihr Instingle. Schaut doch bitte morgen wieder ein. Bis dahin, tschau und danke fürs Zuschauen.